Radfahren über den Zebrastreifen. Etwa zwei Drittel aller Radfahrenden machen das. Aber ist es nicht vielleicht verboten? Müssten wir eigentlich alles schieben? Dem gehe ich jetzt nach, in wenigen Sekunden. In der Tat ist Radfahren über einen Zebrastreifen nicht erlaubt, aber auch nicht explizit verboten. Trotzdem rate ich nicht über einen Zebrastreifen zu fahren, da ihr sonst euer Vorfahrtrecht verliert und im Falle eines Unfalls oder wenn ihr einem Auto die Vorfahrt nehmt, mit Bußgeld oder Mitschuld rechnen müsst. Wenn ihr euer Fahrrad nicht schieben wollt, dann könnt ihr es auch einfach wie einen Tretroller verwenden. Somit zählt man wieder rechtlich als Fußgänger und man hat dieselben Rechte. Allerdings heißt es natürlich auch Rücksicht nehmen auf die anderen Verkehrsteilnehmer und vor dem überqueren, gut gucken. Dann eine gute Fahrt!